Nikolaos Anastopoulos ist ein ehemaliger griechischer Fußballspieler und aktueller Fußballtrainer. Während der späten 1970er und 1980er Jahre ging Anastopoulos als einer der bedeutendsten Stürmer in die Geschichte des griechischen Fußballs ein. Vereinskarriere Nikolaos Anastopoulos begann seine Karriere beim Athener Verein Daphni. 1976 wechselte er zum Erstligisten Panionios Athen und erhielt dort einen Dreijahresvertrag. Bei Panionios schaffte Anastopoulos schnell den Sprung in die Stammformation und konnte 1979 mit dem Verein sogar den griechischen Pokal gewinnen. Im gleichen Jahr debütierte er erstmals im Europapokal und schoss im Rahmen des Europapokals der Pokalsieger zwei Tore gegen Twente Enschede sowie eins gegen die FK Göteborg. 1981 wechselte Anastopoulos zu Olympia Kospireus, wo er in den nächsten sechs Jahren dreimal die griechische Meisterschaft gewinnen konnte. 1987 wechselte Anastopoulos nach Italien zum Erstligisten USA Villino. Da er jedoch nicht mehr an seine früheren Erfolge anknüpfen konnte und sein Verein am Ende der Saison sogar den Weg in die Zweitklassigkeit antreten musste, kehrte Anastopoulos wieder nach Griechenland zurück. Bis 1994 spielte er dabei wieder für seine früheren Vereine Panionios und Olympiakos sowie auch für Ionikos Naikier. Während seiner Karriere absolvierte Anastopoulos 405 Ligaspiele und erzielte dabei 182 Tore. Viermal gewann er die Auszeichnung zum Torschützenkönig der griechischen Liga. 1983 wurde er von der UEFA mit dem bronzenen Schuh ausgezeichnet. Nationalmannschaft Während seiner aktiven Karriere wurde Anastopoulos 73 Mal in die griechische Nationalmannschaft berufen und erzielte dabei 29 Tore. Was bis heute die Bestmarke darstellt. 1980 nahm er mit Griechenland an der Endrunde der Europameisterschaft teil und schoss dabei das einzige Tor seiner Mannschaft bei diesem Turnier. Bis zur EM 2004 und Karagungis Treffer im Eröffnungsspiel gegen die gastgebenden Portugiesen. War dies das einzige Tor welches Griechenland in einer WM oder EM Endrunde gelungen war. Trainerkarriere Mit Ende seiner Spielerkarriere übernahm Anastopoulos als Trainer eine Reihe von griechischen Vereinen. Nach seinem Debüt bei Panelev Sinierkos übernahm er unter anderem auch die Vereine PAS Johannina, FC Kerkia die er in die erste Liga führte oder auch Aris Thessaloniki. Erfolge Griechischer Meister Griechischer Pokalsieger 1979 Auszeichnungen Torschützenkönig der griechischen Liga Kerkia 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 Kerkia